Am 22. Februar 2021 wurde das heutige Terminal 5 am BER geschlossen. Ob für immer oder wie angekündigt erstmal nur für ein Jahr, können wir jetzt noch nicht abschätzen. In dieser Videoinformation stelle ich dir kurz vor, wo du unsere Beiträge abrufen kannst. Die Livestream-Vollversion findest du bei Plain Mania TV auf der Facebook-Seite. Dort ist die gesamte Pressekonferenz und das komplette Interview mit Lutz Schönfeld abrufbar. Möchtest du die kürzere Zusammenfassung mit Textbeiträgen von Plain World Berlin als Podcast hören, dann lade dir die 22-minütige Episode bei iTunes, Spotify etc. herunter. Weitere Beiträge zum BER, aber auch zum Flughafen Tegel findest du bei unserem befreundeten YouTube-Kanal von Plain World Berlin.